so leute herzlich willkommen endlich wieder mal zurück zu einer weiteren runde hand spontan übergelacht eine solo runde hier geschwind einmal und starten denn ja wie wisst ihr wie es ist bei mir war es die ganze zeit in steam reingeschaut habe die server von diesen early access spiel down zu ein bisserl stört ja wutausbrüche darüber kriegten nicht so an die lust draufkommt war jetzt sind die server scheinbar mal relativ stabil und wir gehen eine runde hand und und was gibt's schöneres dass wie dieser bildschirm rekrutieren natürlich wieder mal aber wir haben wie man sieht links oben 803 us-dollar sammeln können seit dem letzten mal die hinweise ja eigentlich locker flockig von der leine und jetzt ja der kostet 88 das ist schon relativ teuer der ist nur 82 das heißt wir nehmen nehmen was hat damit eine romero 77 handkennen nagernd uses und ein dynamite stick drei namen ja gut dann play so gut können wir uns denn und wir drücken auf random contract in die nämlich bisserl spannender da kann irgendwas passieren und matchmaking starts in 3 2 1 und es geht los sehen wir uns gleich denn es laden ewig immer so leute es war das stilwort get ready vor der hand der ladebildschirm ist vorbei in der zwischenzeit wo ich kurz einkaufen filmsmittel und jetzt können wir hier starten wir rüsten die nagernd aus und direkt die ersten hinweise und steuern und es ist nacht was sehr was ich sehr uncool finde hier aber wenigstens ein messer nicht einmal ein messer in den run heilige scheiße wie sollen das was wären wunderbar ist eben stimmt natürlich überhaupt nicht moment erste runde für mich heute nieder nieder shotgun shotgun so gehen nagernd headshots vom feinsten und es sind zwar hinweist auf einer haufe mit man die schon gönnen kann und jetzt in die richtige richtung verstanden drei hinweist wie du musst auf jeden fall auf spiel aufpassen die rüsten ist also scheiß fliegen tante und da muss man aufpassen so hat das als ob morgen grauen wär morgen grauen wenn durch das das schaut alles ziemlich ziemlich nice aus hier ein kränkliches pferd oder fehlen ein paar körperteile die hinterleihe so da ist ein hinweis den gönnen wir uns ja schon da war noch höher leidah hinten leidah hinten waren das wir ich glaube das sind andere spieler ich freue mich schon so wenn das spiel aus dem early access heraus ist dann wird es glaube ich auch bei mir nicht mehr so ekel hoffen legen nicht mehr sonst etwa sie haben vier vier minuten Oder wo es jetzt auf der Uhr ist, ungefähr. Wo ist einer? Ja. Uh, 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 was ist das da? Ein Keller. Gehört, du, die Muni? Wunderbar. So will der aussehen, ja. So, zwei Hinweise, so auf einen Haufen, es ist schon sehr viel Blick, gell. Und wenn wir den dritten noch ganz schön kriegen, holy shit, das wäre der Vorteil. Wir können uns nicht vorstellen, nämlich, dass die Spieler, also meine Gegner, in der kurzen Zeit tatsächlich schon da hindernisse haben. Wage ich zu bezweifeln. Weg von der scheiß Fliegen, Dante, die war links. Die fliegen, die fliegen. Muss da weg. Jetzt wird ziemlich viel für Aufforderung gesorgt, ne. Aber ist immer schon wie ein Gebüsch. Alter, diese Romero 77 kennen können, gäb's eigentlich diese armselige Mistkorn. Wirklich, zwölf Schuss im Magazin, also ein Schuss im Magazin. Und na. Da spiele ich, kämpfe ich, glaube ich, lieber mit der, mit dem Revolver da. Macht jetzt für mich mehr Sinn. Oh, und ich sieg gerade, wir kämpfen in der Nacht gegen die Spider. Gegen die Spine. Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Das gleiche Hinweis, alter, gell. Wenn wir diesen Panner da umgehen. Ja, schau gut aus, schau gut aus. So, nice hat er es auch. Boah, alle Hinweise. Das ist ja nicht beachtliche Zeit, Leute. Boah, sich rot in der Mikanalina und streichen im Moment. Muss mal auf Tab die Map öffnen. Und das ist gleich da dort, die Spinne. Weg, 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 weg. Rüber, rauf und rüber, Paula. Ist's euch. Da müsste die Spider sein, ne? Ja. Da drin ist sie. Ich höre sie schon, ne? Und bis zum Zustiegspunkt. Ich möchte nur kurz einmal in den Raum einschauen, ne? Dann kriege ich schon ziemlich viele Punkte und Geld. Scheiße! Na, fuck, bitte nicht. Na, bitte nicht. Scheiße, man! Scheiße! Scheiße, fuck you! Bitte nicht. Irgendwo da war ein Heal. Wo ist das Heal? Scheiße! Oh, guck mal auf, ey. Mal schauen, was da oben ist. Vielleicht da oben. Bissere Chancen. Gerätisch, kennt man sich einmal und hinten da ist sie! so, wow, alter, wow! Holy shit, ist der schon geschwacht, dieser Shotguner. Dynamite-Stick, alter, den werden wir jetzt zünden. Explodier! Oh, fuck, alter, selbst fast in die Luft gejagt. Holy shit, und die Spyder hat null kassiert, null. Holy shit, selbst in die Luft gesprengt. Selbst in die Luft gesprengt, manniger. Leute, mit denen leben, da, und das sind alles voller Gegner da. Das Beste, was wir machen können, ist tatsächlich abhauen. Jetzt. Haben wir viel Geld plus gemacht, Erfahrung plus, und der Hunter bleibt uns erhalten. Das werden wir auf jeden Fall so machen, Leute. Hauen wir ab. Was, das tut mir jetzt lau, es wäre cooler für die Folge, fürs Video, wenn wir jetzt da kämpfen müssen. Aber erstens bin ich allein, mein Kollege ist nicht mit am Start, zweitens muss man so strategisch auch mal spielen, ne? Perfekt da. Da da drüben ist es, auf Bord, Rika, und noch ein bisschen weiter. Ich hau ab, ich hau wirklich ab, und save den Jäger, jetzt, und drei Hinweise, inklusive die Spider gefunden, und inklusive die Spider, Skyder, die Spider einmal angekippelt. Sir, what a run. Ehe richtig? Oh, ja. weg da, weg da. Passt. Warum sind da jetzt so viele scheiß fucking Zombies? stirbt man! Leute, auch Heal. Auch Heal. Braucht ihr richtig dringend Heal? Das gibt kein's, ne? Also, das ist einmal, das mit dem Dynamite Bundle, das war komplett verkackt, ne? Fehlender, fehlende, pyrotechnikskillung, sage ich jetzt einmal dazu. Das würde man vielleicht lieber bei uns anders machen lassen, wenn so ein Shit dabei rauskommt. Aber was für ein Expo, na, na, jetzt kommt die, jetzt sterben wir, jetzt sterben wir doch tatsächlich, na, bitte nicht. Und da ist noch dazu Wasser. Ja, jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich. Und da. Scheiß Hunter ist down, Mann! Fuck you! Was ist denn das für ein Scheiß-Game? Und es hat sich aufgehängt noch dazu. Ja! Es hat gut angefangen, aber leider schlecht aufgehört. Danke fürs Zuschauen und zum nächsten Mal. Scheiße! 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 Ja!